Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Bei mir ist das anders. Es war ein kleiner Kommentar in den sozialen Medien, der mich aufhorchen ließ. Ich hatte ein Bild gepostet, auf dem ich die Arme weit ausgebreitet hatte. Vor mir dunkle Wolken, hinter mir Wasser, sehr viel Wasser. Und dazu geschrieben, so hätte es ausgesehen, wenn Mose versucht hätte, die Wolken und nicht das Wasser zu teilen. Doch ganz ehrlich, wie oft stehen wir genau so da? Gott gibt uns einen klaren Auftrag. Vielleicht, dass du dich mit deiner Familie versöhnen solltest. Wir wissen eigentlich, was zu tun ist, doch wir lassen uns ablenken und somit von dem Wunder weglenken. Vielleicht aus Angst, vielleicht aus mangelndem Vertrauen, vielleicht aus der Einsamkeit heraus. Vielleicht, weil wir uns geradezu schwach fühlen. Ich wollte dich damit einfach ermutigen, mutig zu sein. Denn die Veränderung, nach der du dich sehnst, beginnt mit den Schritten, die du in diese Richtung gehst. Und daraufhin, auf diesen Post hin, schrieb mir jemand, bei mir ist das anders. Diesen Satz bekomme ich tatsächlich oft zu hören und jedes Mal möchte ich diesen Menschen in den Arm nehmen und ihm die Augen öffnen. Denn solange Gott derselbe bleibt, können wir dieselben Wunder und größere erleben wie damals und gestern. Erstens, Gott bleibt derselbe. Er sagt in Malachi 3,6 von sich selbst, ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Zweitens, du kannst mehr erleben. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere. Das steht in Johannes 14. Als Gott damals zu Mose sagte, heb deinen Stab hoch und streck ihn aus über das Meer, es wird sich teilen, hätte Mose jedes verständliche Recht gehabt zu sagen, Entschuldigung, bei mir ist das aber anders. Hinter mir ist eine ganze Armee her, mein eigenes Volk stellt sich gegen mich, ich bin hier raus. Doch er ließ sich auf das ein, was unmöglich erschien und erlebte, wie das Unmögliche möglich wurde. Lass dich auf das ein, was unmöglich erscheint und erlebe, wie das Unmögliche möglich wird. Das sage nicht ich, Deborah. Das ist die Wahrheit, die du jetzt sicher schon oft gehört hast. Jetzt wird es Zeit, das auch zu glauben. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Danke für dich. Von der Hoffnung zum Wunder. Auf gottkennen.de findest du Antworten auf verschiedene Fragen. Menschen, die von ihren persönlichen Storys mit Gott erzählen und sogar die Möglichkeit, an Online-Kursen teilzunehmen.